ja und somit herzlich willkommen bei hadr oder so ähnlich einem interessanten indie game wenn man hier so ein tuch laken fliegt und wahrscheinlich auch bestimmte sachen machen muss man testen vorhin habe ich schon aus gesehen ein achievement erhalten weil ich ist unten an den rand geflogen bin ich habe keine ahnung was mich hier erwartet ich würde sagen ich lasse mich einfach drauf ein und ja i don't know ich muss dann hoch runter ich flieg mal ein bisschen hoch ok kommt man bloß wieder zurück was passiert wenn ich exit abdecke ja hätte ich mir auch denken können dass bei exit das spiel beendet wird gut hätten wir das auch erklärt dann verdecken wir doch einfach mal das player button logo und für mein last und final trick i'm going to make something dissapeare ich bin Aha, sie ist im Käfig. Ok, jetzt stecken wir das fest. Das ist nicht doof. Aber es funktioniert. Drück. Na gut, ich habe das Spiel jetzt schon gerinkt. Ähm, ja. Ok. Nochmal von vorne offensichtlich. Oh. In the middle of the stage, the magician stood by a table of a cage. Inside the cage, there was a rabbit. The crowd was eager for the fan trick of the show. And rubik's cube. Und weg ist da. Ich glaube das ist ein bisschen so ein Puzzle Spiel. Oder auch nicht. Muss man einfach alles verschwinden lassen. Das sieht mir fast so aus. Boah, der Sound ist echt gut. Kann ich auch ein Bill verschwinden lassen? Okay, das geht nicht. Okay. So. 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 soll ich noch aufnehmen. So. 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 Okay, man muss also so wie verschieden lassen, bis sie rein können. The rabbit was frightened, he was breathing first and running all around the cage, looking for any hole big enough for him to escape. Gegen einen Grund sehen wir jetzt plötzlich hier in einem Zug, ist gerade recht laut für mich. Da muss ich auf jeden Fall mit der Nachbeartung etwas den Soundrouten stellen. Oder ich versuche es hier mal, so, schon besser, war ein bisschen sehr laut gerade. Das magische Tuch fliegt umher und lässt alles verschwinden und sieht alles in den Ball. Selbst eine große Tasche und Koffer verschwindet alles im Jenseits. Was das Ziel ist dieses Spiels? Keine Ahnung. Ob es ein Ziel gibt? Keine Ahnung. Wo ich hin muss? Keine Ahnung. educated, wenn das ist. Abscheinlich einfach weiter nach vorne. Oder kann ich auch hinaus. Hinaus geht's nicht. die Musik und das Licht verändert sich zumindest ein bisschen so möglicherweise auf dem richtigen Weg hier Der Laken lässt sich echt schlecht steuern Ich gehe mal weiter nach vorne und schwäbe durch den Zug durch den Zug und lasse alles verschwinden Was nicht neat und nagelfest ist Ich versuch's zumindest Komm schon Wie geht's hier weiter? Was muss ich machen? Lost & Found Erohnschaft Fräger Schöldt Zirn Spannende 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 Kommen wir das nur sofort, werden wir immer größer. Doch, ich glaube es wird immer grösser, aber wie es hier weitergeht, habe ich keine Ahnung. So, ich glaube es wird immer größer. So muss ich machen? Kann ich hinaus? So. 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 So.